Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Äh, was spielen wir denn überhaupt, Otto? Äh, ich glaube, wir spielen Klötzchenbaum 3D. Ich hallo. Ja, richtig schlimm. Ich spiel'n Klötzchenbaum. Nein, Leute, das ist natürlich... Minecraft! Yeah! Ja, und fragt uns nicht, warum wir so gute Laune haben. Es ist mitten in der Woche, wo es Motor... Alter, und beim Montag haben wir gute Laune, Alter. Wir sind ein bisschen krank, ja. Wir sind verrückt. Ja, das ist echt selten, dass so was bei uns passiert. Ja, genau. So, und ich bin ja... weiß ich nicht, weg. Im Nirgendwo. Ich bin ja hier auf Reisen gegangen. Was hab ich eigentlich alles dabei? Holz, Setzlinge... Ich bin hier einfach mitten um dem Schnee. Ist das nicht schön? Ja, ja. Du musst alles, hallo. Ich geh jetzt einfach mal hier irgendwo lang. So, Minecraft. Ah, ja. Einfach mal so... Einfach mal ein paar Klötze voneinander stellen. Ja, ja. Und dann... Rundzubauen, aber... Es geht nicht so weit. Rundzubauen? Oh, das... Das ist ne Voraus... Forderung. Ich bin jetzt gleich auf der Suche nach ner runden Ecke und wenn ich sie gefunden hab, dann schäme ich mich. Ja, stell dich in die runde Ecke und schäme dich. Genau. Und ich, was hab... Ich hab keine Ahnung, ich such einfach irgendwas. Ich glaube, ein wild nach Hause wieder lau ich. Keine Ahnung, wo ich ihn noch letztes Mal gesucht habe. Ich töte einfach noch ein paar Schafe. Schafe! Ich mag Schafe! Ich mag Schafe! Ich mag Hügel. Tod. So... Da ist meine Spazacker kaputt gegangen. Was für ein Scheiß! Also ich war's nicht, ne? Ich bin raus. Ich hab ein... Schneedichtes Alibi. Du hast kein Alibi. Ich hab ein Alibi. Du hast kein Alibi. Ich hab das Video. Ihr Leute, bitte deckt mich! Nein! Ich kauf euch auch Kekse! Es gibt bis zu zigtausend von Leuten, die uns jetzt hier zugucken. Ja, genau. Okay. Ähm, ja. Ja, okay. Ja. Ja, 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 ja. Ich bau euch auch Kekse, wenn ihr mich deckt. Kommt schon! Nimm die nicht an, die sind nicht legal. Die sind nicht legal. Die sind nicht von dieser Welt, würd ich mir ja sagen. Ja, das ist ja nicht legal. Ne, nur weil ich von dieser Welt ist es ja nicht gleich legal. Von der Nase vielleicht auch so, aber sonst ist es für uns nicht auch scheiße. Von der Nase? Du meinst N.S. Ey! Ne, 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 ich mein die Richtigen. Die sind ja auch für sowas. Hä? Die sind ja auch für sowas zuständig. Die sind ja auch für sowas zuständig. Nase ist für, was, sowas? Nein. Na klar, ne, immer noch in der Welt rein. Nein, die sind nicht für die Area 51. Na nein, das nicht, aber ich mein, für Flügel und alles für die in die Weltraum. Nein! Nein! In die Weltraum tun die! Die tun in die Weltraum! Nein! Tui! Wer ist denn Tui? Tui! Die Fluganser! Ne, die fliegen noch nicht. Soll es doch hochfliegen, aber der Aser tut auch hoch. Ich möchte das so. Das macht das auch so. Ich ruf mich bei der Nase an und dann machen die das. Ja? Ruf mich an! Ja mach ich! Hallo Nama! Ich bin euer Präsident! Hihihi! Hihihi! Hallo, ich bin Frau Merkel! Hohoho! Ich hab mal ne Frage zu meinem Handy, ihr könnt doch da reingucken, oder? Hört ihr mich schon wieder ab? Nein Merkel, das tun wir nicht! Alles klar, dann kann ich ja weiter bei der Sex-Online-Anrufe! Krieg ich doch immer so ne Nase-Nachricht, sie haben bald kein Geld mehr auf ihren Konten, sollte nicht mal aufpassen. Wenn das Merkel auf ihrem Konto stehen hat, dann ist irgendwas falsch. Ja. Dann kündigen gehe ich. Dann ist Ende. Ja, dann kündige ich. Huiii! Huiii! Ich rasche durch den Schnee! Huiii! 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 Farmed macht ja so viel Spaß! Und es ist immer nicht dasselbe! Ja. Immer nicht! Nein! Das tun du nicht tun! Nein! Ich weiß grad gar nicht was ich mache! Hauptsache ich mach meinen Spitzacken kaputt! Ja. Bauchst du grad stein ab, oder was? Ja! Oder vielleicht wieder Spitzacken Holz vielleicht? Deswegen gehen die vielleicht auch schneller kaputt! Nein! Ich hab irgendwas vor, aber ich weiß nicht mehr was! Die Hole! Die Boom! Hier ist die Baum! Ich glaub ich wollte irgendein Lagerhausteine bauen! Ja! Ja! Hat's nur vor! Ah ja! Ja! Jetzt fällt's mir wieder ein! Schon wieder so lange her ne! Ja! Das war ja letztes Jahr irgendwas! Letztes Jahr! Ehrlich? Haben wir dieses Jahr auch schon nicht welche gemacht? Das weiß ich nicht! Ich weiß nicht ob wir die... Ne! Die haben wir noch keine! Ne! Die haben wir noch keine! Ja! Ja! Also sind bei mir noch welche! Ja! Mehr nicht! Das Spiel, was dich die ganze Zeit mobbt! Ja! Das mobbt mich! Ja! Ja! Das mobbt mich! Ja! Ich wurde schon öfters bei Battlefield bei mir meinen Namen gebannt! Wie heißt denn? Prohacker! Ich hab da dein Konto übernommen! 1, 2, 3! Deinen Namen übernommen! Du hast meinen Namen übernommen! Ne! Ich hatte aber auch schon mal, dass ich wegen Teamkills gebannt wurde! Ich hab immer aus Versehen meine eigenen Leute erschossen! Ja! Passiert hab ich auch schon häufiger! Was kann ich dafür wenn die um die Ecke stehen? Mein Teamkamerad läuft vor mir! Die schießen ihn ab! Und ich drehe mich einfach um die Ecke um die zu töten! Ja! Das ist der übliche Aimbot! Das ist der Name auch immer zu spät angezeigt wird! Ich nehm nochmal die Kohle hier mit alter! Das ist der Name! Ob das blaue, ob der Feind war! Ob das dein Kamerad ist! Jetzt merkst du dann wenn er tot ist! Ja! Und da steht Teamköhne! Ich belebe dir jetzt immer wieder und schreib mir mal sorry! Ach du spielst Sani! Ja! Aufklärer! Wer ist das? Verlager! Ja! Sanitäter! Ja! Du bist derjen der keine erste Hilfe kann! Der einfach mit dem Defi auf dem Boden hält! Mach ich mal jetzt immer! Einfach so! Da bin ich jetzt immer tot! Oh! Und die beleben mich nicht wieder! Und die beleben mich nicht wieder! Ne! Warum sollten sie? Ja weil ich die belebt habe! Das ist Höflichkeit! Es ist denen nur scheißegal ob diese wiederbelebt sind oder nicht! Mach ich nichts nie wieder! Ne! Zu größer Punkte dafür! Ja aber die auch! Wenn die es machen würden! Ja! Nö! Nö! Wollen sie ja nicht! Ja weil sie nicht nett sind! Ey ich auch nicht! Ja ne! Nein! Lass mich einfach sterben! Ja ja! Hört bitte auch! Leute hört ihr das? Hatte ich auch schon mal! Ich habe mit dem Kumpel gespielt! Und dann wollte ich ganz schnell auf Depri wechseln! Und habe einmal geschossen! Habe ich einfach mit der Schotke nochmal reif geballert! Ja! Warum nicht? Ja im Gefecht passiert sowas! Kann ja mal was passieren! Richtig! Ist ja auch mal geil! Echt einfach mal brauchst du einfach nur Depri draufhalten! Auf einmal lebt er einfach mal wieder! Ja! Alles wieder okay! Hallo das ist doch äh realistisch das Spiel! Hallo! Ja! Warum nicht ne? Du willst jetzt nicht warum das Spiel nicht äh realistisch ist! Was? Niemals! Nein! 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 So! Ich bring dir mal ne Hand voll Wasser mit! Hä? Ich bring dir mal so ne Hand voll Wasser mit! Ich schreib einmal ins Wasser! Bring ich dir mal wieder mit! Wenn das funktioniert! Bis mit Wasser! Keine Ahnung! Wir haben kein Wasser! Wir brauchen sowas nicht! Clown! Wasser! Kenn ich nicht! Seife! Seife! Was ist Seife! Seife! Was ist Seife! Ich kill dir einfach mal ganz schnell als Schafe alter! Ich hab hier nichts zu tun habe! Ich lauf einfach nur rum! Töte Blumen! Ich mobbe Blumen! Ey! Ich hab ne Höhle gefunden! Schweine! Ey du Schwein! Komm mal lieber hier auf den Meder! Juhu! Ich hab ne Höhle gefunden! Unter unserem Haus! Ich esse jetzt was! Ist das geil! Juhu! Find ich toll! Juhu! Finde ich toll! Juhu! Juhu! Ich spiel zu lange Minecraft bis es kein Stein mehr gibt! Oh! Hä? Juhu! Ist okay! Ja? Kriegen wir hin! Alter! Töten! 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 Ich bin punktigall! Oh! Schon wieder Eisen! Heute ist mein Glückstag! Und ich finde hier nur Schafe! Was ist jetzt mit Schafen? Ja keine Ahnung! Die blessigen mich! Hast du wenigstens auch einen Sven gefunden? Einen Sven? Nö! Kenn das Spiel nicht Sven? Ich hab schon was von gehört aber gespielt euch nicht! Nö! Ne? Nö! Oh Gott! Bestes Spiel! Klassiker sowas! Das ist doch aus meiner Generation! Aus deiner Generation! Weißt du du bist 160 Jahre alt! Ich bin grad mal 5! Weißt du wie lange das her ist und ein Unterschied das ist? Wir sind zusammen für 3! Richtig! Wie die Maurer! 1, 2 und noch einer ne? Ja genau! Wo ist es? 1, 2, 105! Habe ich schon gesagt dass ich mich da auf August freue? Ähm ich könnte mir vermuten was da ist! Da ist die Gamescom! Oh yeah! Und gehst du da hin? Na klar gehe ich da hin! Den FP Rider ist natürlich vertreten! Na klar! Also Leute kommt da hin! Guckt euch die Scheiße an! Genau! Und es wird auch nichts zu gewinnen geben bei mir! Nix zu gewinnen? Nein! Ich verschenke sowas! Ich verschenke nicht! Sowas würde ich niemand tun! Und es wird auch kein inoffizielles Gewinnspiel geben! Nur ich das jetzt schon mal so angemerkt habe! Nicht dass ihr fragt ob es sowas geben wird! Und Gunnar sagt einfach gar nichts mehr! Ja schön! Tolles! Ja genau! Sorry! Hör auf! Schreiben! Rede! Stimm dich! Ah super! Du musst reden! Ja! Uhuhuhuhu! Bist ein echter Gangster! Mann! Du! Jetzt brauche ich mal hier in Ruhe die Höhle weiter! Oh mein Gott da ist Licht! Ich sehe Licht! Oh mein Gott da ist Licht! Ich sehe Licht! So sorry Leute! Ja ja! Ja was soll ich machen wenn Papa einfach reinkommt! Ich sehe Licht! Mein Dada! Dein Dada! Mein Dada! Dein Offizieller Zeuger! Weit ich nicht! Wird ich auch gar nicht wissen! Wird's nicht wissen? Wird's nicht wissen? Wird ich nicht! Ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen! Nein! Okay! Also heute würde die Folge wahrscheinlich behinderten Folge heißen! Nein! Oh wie kommt's denn da auf? Keine Ahnung! Vielleicht wird man so benett! Hahaha! Das ist aber eine nicht eine nette Feststellung! Mich einfach so als behindert zu bezeichnen! Mich und meine Generation Junge war's! Was? Meine Mutter schlägt nach Kochsalz! Was? 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 Das hast du nicht gesagt! Das hat er gesagt! Nein! Das hast du nicht gesagt! Doch hat er! Nein! Nein! Tritt nicht ein! Okay! Nein! 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 Das Schaf geht bei mir schräg! Das macht grad'n Boomwalk! Mann! Bist du cool! Ja! Richtig geil ist das Schaf! Das gibt mir richtig grad'n Rest! Und ich find' hier echt nix! Hier ist nur Schnee! Und Blumen! Und kleine einzelne Bäume! Und Eis! Ich muss einfach mal was essen! Sonst bin ich der hier! Boah! Bist du cool! Bist du cool! Das ist doch richtig cool! Boah! Ich wär' ja richtiger Gangspack! Ich hab' mal auch Spaß gemacht! Was? Hast du nicht gesagt! Hab' ich gesagt! Hat er nicht! Leute! Hat er nicht! Wollte ich sie sehen! Hat er nicht! Hier steht mir so ne große Mauer, Alter! Es ist dunkel! Ich hab' alle dunkel! Der Mond! Der Mond! Er scheint! Er ist so scheinheilig! Der Mond! Der will uns doch alle töten! Ich zieh' jetzt hier euch das Wasser macht! Da sagt er uns immer so hiehieh! Und ich seh' hier echt grad' gar nix! Hier ist alles dunkel! Ja, dann kauf dir Licht! Okay! Ich hab' ne Fackel in der Hand! Ähhh, da ist! Au, au, eich! Au, au, au! So, dann baue ich mir mal kurz wieder ein paar Fackeln! Ähm, da geht's tief runter, da möchte ich jetzt nicht entlang! Möchtest du da nicht lang? Nein! Nö, da geht's tief runter! Oh! Aua! Alles klar, dann hab' ich mir mal wieder ein paar Fackeln gemacht! Batman! Nanananananananananananananananananananananananan! Batman! Ich bin Batman! Ich bin Batman! 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 Oh, du bist Patrick! Hallo Patrick, hier Spongebob! Ich kann den Lachen gar nicht. Die Folge dann mit dem... Wie ist denn mit diesem Lachmuskel, der dann irgendwie kaputt geht kann? Ja, und dann muss Tadeus Lachen so am Ende wie Spongebob... Ja, ich bin... Ich gebe zu, ich bin ein großer Spongebob-Fan. Werde nicht, hallo. Ich kenne eigentlich fast alle Folgen. Außer die neuen, also es gibt noch mal neun mehr, oder? Doch, es gibt noch neue, klar. Ja. Ja, dann kann ich schon. Also ich kenne in Folge fast alle. Ich gucke eigentlich jeden Tag mindestens zwei Mal Spongebob-Fan. Ey, ich gucke, wenn ich die Chance habe und nicht gerade am Arbeiten oder hier am PC sitze, gucke ich immer Spongebob. Auch natürlich auch... Oder hier One Piece. Die alten Folgen. Also, die ist geil. Die kennt man schon, aber die sind immer noch geil, ey. Die kennt man zwar, aber die sind immer noch geil. Ich warte immer noch auf die Folge, wo Tadeus seine eigene Band gründet und die halt im Stadion sind. Ja, die ist so geil. Die kommt so oft am Tage. Die ist so geil, die Folge. Die ist so geil, die Folge. Die fände ich so geil, wo da man, düüüüüüüüüüüütüt. Ich finde das so geil, dieses Lied. Es, speed man pictures ist, also. Ja, und da weiden die erstmal alle da, ey. Voll geil, das Lied. Ich katt's immer wieder vor allem, die Folge. ja ich liebe diese Folge einfach so sehr und dann mit den Fahrzeugen aber boom sterben die da einfach mal ab vorab konnten sie überhaupt nicht ne überhaupt gerade so ein einhaben nur eine Sponschrope oder Sponschrope für den Feuerwehrmann für den Feuerwehrmann für den Feuerwehrmann haben sie es getan Feuerwehrmann Feuerwehrmann für so einen Typen Krankenwagen ja Geister 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 Aaaaaaah Weißbrot Das wärst du wirklich weggeschmissen ehrlich das du das erste mal gehört hab Es ist so geil Weißbrot Weißbrot Und er mit seinem Gehirn da oben drauf ey Äh sooo Da wo sie unsichtbar sind Hä? Da wo sie unsichtbar sind Ja Wo sie auf einmal äh Ding das doch wieder sichtbar werden Ja weil sie nass geworden sind Ja und dann immer noch denken dass sie äh um Ja Und dann wo sie mit den Fliegenheulen unterwegs sind Da wo sie mit den Fliegenheulen und unterwegs sind Hä? Kennst du die wo sie mit den Fliegenheulen ist? Und er da mit seinen Finger hinterm Kopf immer Uuh wie macht er das bloß? noch ein Stück noch ein Stück Das Boot ist schon halb wieder. Ja! Gibt's schon fast gar nicht mehr. Ich tropf's in noch ein Stück, noch ein Stück. Da, wo ich in die Parteiwand gehen, BOOM! Damit der Plastik-Ding wieder wackelt. Wie macht der das bloß? Mein Evita ist voll. Oh, meins fast auch. Ich hab' Stein. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst vor Stein. Das ist das erste Mal, dass man in Metapel ist. Ja. Ich komme gesprungen. Oh, ähm. Diese Schalschnebel, wann hatte ich mein Ende? Ich bin... 3000 Meter noch. Dann bin ich zu Hause. Hütchen! 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 Töte! Weißt du was ich bauen, Alter? Ich meinte ne richtige Idee, was wir später bauen müssen. Töte das Hütchen! Ey. Wir müssen echt später, wenn wir genug Ruhe schaffen haben und alles müssen wir mal ein KFC bauen in Minecraft. Töte das! Bist du dabei? Es muss sterben. Es hat geheime Informationen, die nicht anders tageslich kommen darf. Danke für die Antwort, aber... Was? Dass wir mal in Minecraft ein KFC bauen. Ja, wir bauen KFC. Finde ich gut. Da nehmen ein BK und da nehmen ein McDonalds, was wir dann anzünden und verbrennen. Oh, was? Wieso das denn? Ja, warum war ich gern McDonalds? Und so. Ich schon. Ich mag alles. Ich ess alles. Und du die Burger King Werbung, da wo sie in Spekdolzeichen verschwimmen müssen, weil sie es nicht zeigen dürfen. Kennst du die Werbung? Otto? Otto! Otto! Geh nicht weg! Otto! Komm wieder! So, das ist Patrick. Und wie ich sage, muss man kurz mal ein Kumpel ruft an. Okay. So Leute, sind wir alleine hier. Was machen wir? Wir finden alles an, was Otto gebaut hat. Bin ich dafür. Und... KFC! Den könnt ihr mal reinschreiben, was ihr am Meer mögt. Ob ihr mehr auf Casino, Mögelking und ähm... Mäckes! KÖRBISSE! Ich mag KÖRBISSE! Mäckst du auch KÖRBISSE? Hey du, KÖRBIS! Magst du KÖRBIS? Ich weiß, das geht schneller mit der Spitz... äh mit der... Hacke... So. ZACK! TACK! 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 Er ist wie Chicken! Chicken Chicken Chicken! Das ist ein Loch! Die Loch! Ach, das wird dich holen! Es wird uns Arme holen! Wir gehen nie mehr, wir alle sterben! Vielen Dank.